Hallo bei BILDNER TV. Heute haben wir wieder ein Video zum C64 Mini für euch. Es geht um eigene Spiele vom USB-Stick. Ihr habt bestimmt schon festgestellt, manche davon laufen nicht so, wie sie sollen. Wir zeigen euch, wie er diese Probleme behebt und noch ein paar andere Tricks zum Thema. Hallo, ich bin der Aaron. Und ich bin der Andi. Hallo. Ja, jetzt kommt ja bald der C64 Maxi heraus, der große Bruder vom C64 Mini. Genau, und aus dem Grund machen wir heute wieder ein Video zum C64 Mini. Wer sich an unser Buch zum C64 Mini erinnert, so ein Buch wird zum Maxi natürlich auch rauskommen. Und Link dazu, spätestens wenn es heraus ist, findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Genau, worum geht es denn heute, Andi? Ja, wir haben einige Anfragen erhalten in den Kommentaren zu unseren anderen C64 Mini Videos. Wir sollten doch bitte mal CM-Dateien näher erklären. Und die brauche ich, wenn ich Probleme mit eigenen Spielen auf USB-Stick habe. Genau, und die Tipps, die wir euch heute zeigen, die werden für den Maxi natürlich genauso funktionieren. Ja, da gehe ich auch mal stark davon aus, da wird sich an der Technik nicht viel ändern. Ja, was zeigen wir euch? Wo liegt das Problem mit diesen Spielen? Der alte C64 hatte ja zwei Joystick-Ports, den Port 1 oder A und den Port 2, Port B. Der C64 Mini läuft von Haus aus auf Joystick-Port B. Wenn ihr jetzt alte Spiele über einen USB-Stick ladet, übrigens wie das geht, haben wir euch in dem Video schon mal gezeigt. Das verlinken wir euch hier oben. Und, ja, wenn ihr so ein Spiel ladet, dann kann es sein, dass das Spiel vielleicht den Joystick im Port 1 benutzt hat. Ja, jetzt wollt ihr spielen, ihr startet das Spiel und euer Joystick im C64 Mini reagiert nicht. Eben, weil er statt Port 1 auf Port 2 läuft. Und dafür gibt es diese CRM-Dateien. Dabei handelt es sich im Endeffekt einfach nur um Textdateien, wo den Tasten auf dem Joystick andere Funktionen zugewiesen werden. Die könnt ihr mal von Hand mit der Tastatur eintippen, aber wir zeigen euch heute eine Webseite, wo man das Ganze einfacher mit ein bisschen Klick hier, Klick da machen kann. Ja, und damit diese Funktion einwandfrei funktioniert, solltet ihr unbedingt euren C64 Mini auf den aktuellsten Firmware-Stand bringen. Ihr findet die aktuelle Firmware, ich gehe mal auf die Webseite. Die Webseite heißt retro-games.biz. Das ist die Webseite des Herstellers, retro-games-ltd. Und die Firmware findet ihr unter dem Tab Firmware. Wir haben auch ein Video dazu, wie man sich die Firmware runterlädt. Könnt ihr euch an der Seite mal reinklicken, falls ihr euch nicht sicher seid. Die aktuelle ist die 1.2. Ja, und die solltet ihr euch auch unbedingt aufspielen, damit alles genauso funktioniert, wie wir es euch jetzt auch zeigen. Habt ihr nämlich eine zu alte Firmware-Version, kann sein, dass das Ganze nicht funktioniert. Ja, die erste Möglichkeit, die ihr habt, nachdem ihr eure Firmware geupdatet habt, es funktioniert das Spiel einfach nicht aufgrund dieses Joystick-Port-Fehlers. Da gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung. Und zwar, ihr habt ja auf dem USB-Stick die Datei, die ihr ladet. Und an die müsst ihr einfach nur hinten eine Zusatzkennung dranhängen. Einfach nur drei Zeichen. Und damit schaltet ihr um, auf welchem Joystick jetzt der C64 Mini spielt. Und das Allereinfachste ist, ihr schreibt einfach nur unterstrich J1 am Dateinamen hinten dran. Ich zeige es euch mal. Genau, das Ganze funktioniert natürlich alternativ dazu, einfach einen zweiten Joystick anzuschließen. Die Möglichkeit hat man dabei auch. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr die extra 30 Euro nicht ausgeben wollt. Ihr öffnet einfach euren USB-Stick, auf dem ihr die Spiele-Datei geladen habt, im Windows oder auch im iOS. Und editiert den Dateinamen. Ja, so wie ich hier. Ich habe hier das Spiel Bruce Lee, ein Klassiker aus dem Jahr 1984. Und ihr hängt einfach hinten an den Dateinamen, vor dem Punkt D64 oder was auch immer die Dateiendung ist, hängt ihr einfach noch unterstrich großes J1. Damit sagt ihr dem C64 Mini, dass er jetzt den Joystick im Anschluss 1 verwenden soll. Und dann funktioniert auch das Spiel. Das wäre die schnellste Lösung, um diesen Joystick-Portfehler zu beheben. Das ist die einfache Möglichkeit. Es gibt allerdings noch eine elegantere, nämlich mit den CM-Dateien. Dabei hat man sogar die Möglichkeit, seine Tasten neu zu belegen auf dem Joystick. Ja, und eigentlich müsstet ihr diese CM-Datei, wie Aaron vorher schon sagte, ist das ja nur eine Textdatei, müsstet ihr die eigentlich selber schreiben. Aber ich habe die Arbeit bereits jemand abgenommen. Nein, es waren leider auch nicht wir, sondern ein Engländer, der hat auf seiner Webseite einen Konfigurator erstellt, mit dem ihr diese CM-Dateien ganz einfach selbst erstellen könnt. Die zeigen wir euch jetzt mal. Ich gehe mal drauf auf die Webseite. Und zwar, das ist zc64minstone.com Er hat übrigens einen eigenen YouTube-Kanal und den Link, den wir euch auch unten in die Beschreibung setzen. Unter dem Link findet ihr auch hier seinen YouTube-Kanal. Nicht, dass es heißt, wir würden ihm hier Inhalte klauen. Also, die Credits sowohl für dieses Konfigurationstool als auch für seine Videos gehen natürlich hier an zc64minstone. Aber dieses Configuration-Tool, das ist richtig klasse gemacht. Da muss man gar keine großen Kenntnisse haben. Ist auch kostenlos. Hier ist zwar ein Paypal-Button, aber er fragt nur nach Spenden. Genau. Also, wenn ihr es öfters hernehmt und euch gefällt es, dann lasst ihm doch mal ein paar Euro oder Pfund da. Freut er sich sicherlich drüber. Und wie gesagt, hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Wir zeigen euch nur, wie es geht. Ja, und hier unten müsst ihr zuerst die Datei hochladen, um die es geht. Ihr klickt hier auf Durchsuchen. So, und ich nehme jetzt von meinem USB-Stick, nehme ich hier direkt die Bruce Lee-Datei, öffnen. Und er lädt sie nicht mal hoch, es geht eben nur um den Dateinamen. Und jetzt habt ihr hier verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Die meisten könnt ihr eigentlich außer Acht lassen. Ich gehe sie mal nur kurz durch, was sie euch bringen. Wenn ihr dieses Use Accurate Disk Drive einschaltet, dann wird der Ladebeschleuniger des C64 Mini ausgeschaltet. Bedeutet, ihr könnt unter Umständen wieder mehrere Minuten warten, bis ein Spiel geladen ist. Genau, das Problem bei dem Ladebeschleuniger ist, dass er bei manchen Spielen zu Problemen führt. Also wenn ihr feststellt, ein gewisses Spiel lädt gar nicht oder macht Probleme nach dem Laden, dann könnt ihr mal diese Option ausprobieren. Genau, einfach mal den aktivieren. Das heißt, dann wird die alte C64 Ladeengine verwendet. Das heißt, ihr wartet zweieinhalb Minuten. Ja, dann, was wäre diese Option? Dann weitere Optionen, ob man einfach nur, wenn ein Zugriff auf die virtuelle Diskette stattfindet, ob man dann ein Icon sieht oder nicht. Das ist eigentlich relativ unwichtig. Dann kann man dieses Disketten-Image auch schützen, dass es nur Read-Only ist. Das heißt, ich kann da nichts mehr drauf schreiben. Ist natürlich blöd. Wenn man speichern möchte. Genau. Dann gab es ja den Unterschied zwischen den Fernsehformaten PAL und NTSC. Normalerweise macht auch das kein Problem. Aber falls ihr Darstellungsprobleme habt, könnt ihr mal umschalten zwischen PAL oder NTSC. Okay, normalerweise würde ich dieses Native, was, sag ich mal, automatisch entspricht, einfach lassen. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Konfigurationseinstellungen. Zuerst mal sucht ihr aus, mit welchem Joystick-Port, mit Port 1 oder 2 ihr spielen wollt. Unser Bruce Lee, das alte Spiel, läuft ja auf Joystick-Port 1. Genau deswegen funktionierte es ja auch nicht. Deswegen klickt man hier, Set as Primary Controller. Dann habt ihr hier die Möglichkeit auszuwählen, was für ein Joystick. Wir haben jetzt hier den Original C64 Mini Controller. Ihr könntet aber auch, wenn ihr ein Logitech F710 oder ein SNES Retro USB von INEXT habt, könntet ihr auch das konfigurieren. Die funktionieren übrigens tadellos mit dem C64 Mini zusammen. Wir bleiben beim C64 Mini Controller. Ja, und jetzt seht ihr hier links die jeweiligen Tasten oder Richtungen von eurem Joystick. Und wir lassen Up, Down, Left, Right, also hoch, runter, links, rechts, linkes und rechte Feuer-Taste. Die lassen wir alle. Die wollen wir uns lediglich so behalten. Und jetzt gibt es hier TL und TR. Ich zeige euch mal. Genau, das steht für Trigger Left, Trigger Right. Das sind die Tasten, die standardmäßig für jedes Spiel des Vorinstallierens auf dem C64 Mini nochmal extra belegt sind. In unserem Bruce Lee Spiel gibt es ein paar Tasten, die wir gerne selber belegen wollen. Ich glaube F3, F5, F7. Genau, und zum Beispiel, was man auch häufig braucht, die Run-Stop-Taste oder die Leertaste, Space. Und die wollen wir belegen. Und wir können eben, diese beiden werden wir belegen hier. Und wir haben ja hier auch noch oben die vier Tasten. Die vierte, die kann man nicht belegen, denn das ist ja die Menü-Taste. Aber die ersten drei Tasten hier, das wäre A bis C, die können wir auch belegen. Und das machen wir. Ja, gehen wir mal wieder rein. Also, diese linke Dreieckstaste, die ist hier mit Run-Stop belegt. Ich bräuchte nur hier auf den Pfeil klicken und könnte mir jetzt eine andere Belegung aussuchen. Aber das passt mir ganz gut. Ich lasse das Run-Stop. Und die rechte Taste davon wird mit Space, also der Leertaste belegt. Auch das passt mir. Und ja, jetzt habe ich hier noch die drei Tasten hinten. A, B, C. Da habe ich nochmal Run-Stop. Das brauche ich nicht wirklich. Da nehme ich F1. Und für die B nehme ich dann F3. Und für die C, da brauche ich F7. Die F5 billige ich jetzt mal nicht. Es gibt hier noch zwei unbenutzte, diese Unused. Die braucht ihr auch gar nicht einstellen. Die bleiben sowieso ungenutzt. Ja, nochmal kurz überprüfen. Wir haben alles eingestellt. Wir haben hier unsere Datei ausgewählt. Hier oben Änderungen gemacht, falls wir sie bräuchten. Auf Joystick-Port 1 gestellt. Und die Tasten belegt, wie wir sie denn gerne hätten. Und jetzt klickt ihr einfach nur auf Create.cjm-File. Es dauert ein bisschen. Und jetzt wird euch die Datei, dieses Bruce Lee.cjm, zum Download angeboten. Das speichern wir ab. Und diese Datei kopiert ihr dann einfach zu eurem Bruce Lee-Image hier rein. Das habe ich schon mal gemacht, hier in dem Ordner Spiele. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt einmal die original Bruce Lee D64-Datei, unsere Disketten-Image. Und dann noch die Bruce Lee.cjm. Genau. Also wichtig ist nur, die Datei muss im selben Verzeichnis liegen und denselben Namen haben. Genau. Und wenn ihr natürlich mehrere Spiele auf eurem USB-Stick habt, dann braucht ihr jetzt erst mal mit dieser Methode für jedes Spiel eine eigene Cjm-Datei. Kann ja auch sein, dass ihr die verschieden belegen wollt. Genau. Ja, und jetzt zeigen wir euch auch gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir werfen den C64 Mini an und schauen, was es bewirkt. Also, an ist er jetzt. Jetzt müssen wir nur noch zum USB-Stick-Symbol unten navigieren. Das macht der Andi jetzt mal. Dann gehen wir in das Verzeichnis, wo wir unser Spiel und die Cjm-Datei abgelegt haben. Bei uns war das bei Spiele. Die Cjm-Datei, die sehen wir hier natürlich nicht. Die ist komplett unsichtbar für den C64. Er lädt da wirklich nur die Einstellungen raus. So, dann öffnen wir es mal. Epilepsie-Wahrung gab es diesmal keine, aber ihr wisst ja, wie die alten C64-Bildschirme aussehen. Besonders die aus eigenen Spielen, sage ich mal. Ja. So, jetzt sind wir auch schon in den ersten Cracker-Schirm. Und da kommen wir einfach weiter mit Feuerknopfdrücken. Auch hier kommen wir noch mit Feuerknopf weiter. Und das ist jetzt von so einer Cracker-Group ein Intro, was sie geschrieben haben. Da wird das Spiel beschrieben. Und da müsste ich jetzt entweder die Leertaste drücken, um weiterzulesen. Oder Run-Stop, um das Spiel zu starten. Und ich drücke jetzt mal die Space-Taste. Also auf meinem Joystick die TR-Taste, den Trigger rechts. Und ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Ich kann weiterblättern. Und jetzt drücke ich mal Run-Stop, um das Spiel zu starten. Ja, es lädt weiter. Da kommen jetzt gleich noch ein paar Einstellungen zum Cheaten. Ob ich unlimitierte Leben haben will, also unendlich Leben haben will. Und ob die Gegner besiegt werden können. Also einfach ein paar so Cheat-Einstellungen. Die müssen wir jetzt leider noch mit der virtuellen Tastatur erledigen. Ich könnte mir die Tastenbelegungen wie Y für Yes oder N für No, nein, natürlich auch auf die Tasten belegen. Aber ist jetzt für die zwei, drei Einstellungen eigentlich unnötig. So, dann. So, ihr merkt schon. Also aktuell, die selbstbelegten Tasten sparen uns hauptsächlich Zeit. Wir könnten natürlich das alles aktuell über diese virtuellen Tastatur machen. Die Sache ist, sobald wir dann im Spiel selber sind und die Tasten für den tatsächlichen Spielverlauf brauchen, wäre es unmöglich, das Ganze nur über die virtuelle Tastatur zu bedienen. Genau. So wie hier zum Beispiel habe ich die Spielerauswahl, ob ich einen Spieler oder zwei Spieler haben möchte. Gegen Computer oder gegen den menschlichen Gegner. Und dann F7, um das Spiel zu starten. Das müsste ich jetzt ja normalerweise alles mit dieser virtuellen Tastatur hier erledigen. Und jetzt hier mühsam zu den einzelnen Funktionstasten scrollen. Das Ganze kann ich mir sparen, denn ich habe ja die Tasten F3 und F7 belegt. F5 habe ich diesmal nicht belegt. Aber mit der F3-Taste, das war bei mir die B-Taste hinten. Wenn ihr seht, da funktioniert es einwandfrei, dass ich hin und her schalte. Und ich drücke jetzt die C-Taste, was F7 entspricht, um das Spiel zu starten. So, und ab hier hat vorher, bevor wir die ganze CAD-M-Datei-Umstellung gemacht haben, gar nichts mehr funktioniert. Ja, aber dank der CAD-M-Datei seht ihr, der Joystick funktioniert einwandfrei. Ich kann mich bewegen, springen und sogar hier unseren Ninja wegkicken. Oh, jetzt kommt die große Tante. Der ist ein bisschen heftiger. Sieht aus wie so ein Ork. Ja, ich glaube, es ist ein Chinese. Und übrigens, der gelbe ist Bruce Lee. Also, nur damit du es weißt, falls du weißt, wer Bruce Lee war. Ja, Bruce Lee-Filme habe ich noch ein paar gesehen, ja. Ja, also ihr seht, das Spiel funktioniert jetzt einwandfrei. Und die Tastenbelegung funktioniert auch. Das ist übrigens sehr praktisch bei anderen Spielen. Wie zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele war Kommando. Da hat man mit der Leertaste Handgranaten schmeißen können. Das ist natürlich jetzt praktisch. Da belege ich einfach eine entsprechende Taste auf dem Joystick. Und schon brauche ich die nur noch drücken und kann bei Kommando dann gleich meine Handgranaten werfen. Ja, und ihr habt gesehen, wir müssen das Ganze eigentlich ja nur für jedes Spiel separat einstellen. Es kann jetzt natürlich sein, dass ihr sagt, jetzt habe ich hier sechs, sieben Spiele. Da möchte ich eigentlich nur die Leertaste belegt haben und dass alle auf Joystick-Port 1 laufen. Muss ich jetzt wirklich für alle Spiele die Einstellungen neu machen? Nein, müsst ihr nicht. Denn man kann eine einzelne Datei anlegen, eine einzelne CODM und die sozusagen als globale Datei hinterlegen, die für alle Spiele gilt. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt noch schnell. Ihr öffnet also einfach wieder den USB-Stick, wo eure Spiele gespeichert sind. Ja, und ihr seht, hier sind einige Spiele. Kommando, Falcon Patrol, Hanse, International Karate. Und für alle die würde ich jetzt gerne dieselben Einstellungen verwenden. Dann macht ihr es wie vorher im Video gezeigt. Ihr ladet eines der Spiele, vollkommen egal welches, auf die Webseite hoch. Macht eure Einstellungen. Und dann heißt es ja zum Beispiel Kommando.com und diese Kommando.com-Datei benennt ihr um in Sätze 64-Default.com, so wie es hier geschrieben steht. Ja, und das bedeutet, dass diese Einstellung, die da drinnen steht, global für alle Dateien in diesem Ordner gilt. Also ihr könnt es auf einem USB-Stick, könnt ihr euch fünf verschiedene Ordner machen, in denen jeweils eine ganze Reihe an Spielen drinnen ist. Und in jedem dieser Ordner legt ihr diese Sätze 64-Default.com und dann gelten die Einstellungen für die ganzen Spiele im Ordner. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon. Wenn ihr noch mehr Ideen habt, welche Videos wir zum C64 Mini und dem demnächst erscheinenden großen Bruder, dem Maxi, machen können, dann schreibt uns das auch unten in die Kommentare. Ja, und vergesst nicht uns zu abonnieren, denn dann verpasst ihr garantiert keins unserer C64 Videos. Ja, und ich bin jetzt schon gespannt auf den C64 Maxi, der hoffentlich bald bei uns eintrudeln sollte. Dann machen wir sicherlich auch ein Video einfach über den, was wir davon so halten. Ja, ich warte auch noch drauf. Ja, wir sehen uns spätestens beim C64 Maxi Video. Bis bald. Ciao. Ciao.